Was zeigt denn APEX Solar auf der Intersolar 2023? APEX Solar präsentiert seine eigenen Module, seinen Wechselrichter und seinen Speicher. Wodurch zeichnen sich denn die Produkte aus? Die Produkte zeichnen sich aus dadurch, dass wir natürlich selbst Hersteller sind, eine deutsche Firma sind, haben wir die Gewährleistung in Deutschland und die Garantiebedingungen in Deutschland, natürlich die hohe Effizienz und die Langlebigkeit. Hier auf der Messe, was sind denn die Highlights, die Sie hier ausstellen? Unser Highlights ist unser flexibles Modul mit 375 Watt. Flexibel heißt, es ist biegbar bis 30 Zentimeter, es wiegt schlappe 6 Kilo und ist somit auch für Balkonkraftwerke, für die einfache Installation oder auch für Dachflächen geeignet, die die Traglast von normalen Glasfolien oder Glas-Glas-Modulen nicht standhalten. Wer sind denn die Kunden von APEX Solar? Unsere Kunden sind einfache Solateure, deutschlandweit und Großhändler. Wie flexibel ist denn APEX Solar? APEX Solar ist sehr flexibel. Wir können innerhalb von 72 Stunden an unseren Solateur, an unseren Großhändler liefern. Sollte eine Großbestellung sein, produzieren wir in China innerhalb von acht Wochen. Es ist hier bei uns in Deutschland. Vielen Dank.